hallo zusammen in diesen zwei teile möchten wir euch gerne zeigen wie man eine leuchte in dem speziellen bereich einer architektur leuchte von atmedia zeichnet mit tipps und tricks aus unserem aktuellen buch perspektivisch zeichnen architektur zeichnen und für alle die sich für leuchten interessieren kennt ihr bestimmt unseren partnerkanal fraquabi dort haben wir die mega terra von atmedia vorgestellt das solltet ihr unbedingt anschauen das ist das gleiche prinzip der leuchten wie wir jetzt gleich vorstellen und hier vielleicht noch ein kleiner hinweis zu unseren design campus vielleicht möchte ich tatsächlich auch leuchten designer werden schaut vorbei wir finden es mit euch heraus ob ihr die richtigen skills dafür habt und hier geht es auch schon los im ersten teil zeigen durch die artemide tolomäu als ganze aufsicht und dann widmen wir uns dann morgen um die details also hier sieht man dann schon die also das was die leuchte ausmacht ist natürlich der fuß einmal der super schwere aluminium fuß und der aufbau dieser wunderbar aufbau den aufbau erklärt euch mein kollege fabi in der frak fabi folge die verlinkung findet ihr unten dazu wie so etwas aufgebaut ist und was die leuchte ausmacht und vor allen dingen das prinzip das prinzip diese leuchte dieses abends ist einem fischer arm nachempfunden mehr dazu wie gesagt auf frag fabi dazu schaut am besten da vorbei und so und hier skizzieren wir die leuchte noch mal etwas genauer also den arm speziell so sieht es dann aus mit den details dazu also da ist auch dieser schalter der angebracht ist das ist der punkt an dieser stelle und die und die rundung hier das schirmt also es ist ein sehr sehr schönes licht dass diese leuchte liefert und die tollen details wie gesagt die zeichnen wir morgen ein vielleicht nutzt ihr die zeit einfach um diese leuchte einmal im ganzen zu zeichnen und seid dann gespannt und vorbereitet wenn es dann morgen weitergeht und wir die weiter ausarbeiten also hier sieht man es auch schon die halterung noch einmal das kabel was daran führt und so ist eigentlich das grundprinzip schon da und wie es weiter geht geht es morgen für alle die gerne leuchten zeichnen in architektur studieren möchten oder unseren mappenkurs in architektur besuchen möchten schaut unser mappenkurs vorbereitung vorbereitungskurs und so ging es weiter ihr habt es gesehen und mehr dazu natürlich auf unseren seiten akademie.de bis morgen danke fürs zuschauen und viel spaß beim nachzeichnen shop bei die